Wunderschönen guten Tag zu diesem kleinen Meinungsvideo und ja, ihr seht es schon an der Farbe, heute geht es mal wieder um Nintendo und leider nur teilweise um was Positives. Und ja, ich weiß, Nintendo kommt momentan nicht allzu gut weg, aber das liegt auch ein bisschen an dem Verhalten, die das Unternehmen momentan an den Tag legt. Und vor allem gegenüber denen, die sie bezahlen, nämlich die Community. Und ja, gucken wir doch einfach mal da drauf, warum das so komisch ist. Und da will ich auf einen ganz speziellen Punkt zu sprechen kommen. Denn es gab Zeiten, Nintendo hat in jedem Spiel Liebe bewiesen. Das heißt, sie mussten Qualität abliefern, weil man mit dem NES frisch aus dem Game Crash, beziehungsweise Videospiel Crash, ja rausgekommen ist und hat gesagt, hey, wir machen keinen Schrott, sondern wir bringen so eine kleine Wunder wie das Spiel hier auf eine 8-Bit-Konsole. Und Super Mario Bros. ist vom ersten bis letzten Pixel komplett durchdacht. Fast so komplett wie zum Beispiel Kirby und das Vergessene Land. Und das ist der positive Teil hier. Das ist nämlich wieder mal richtig gut geworden. Es gibt zwar ein paar kleine technische Macken, die ein bisschen ins Auge stechen, wie zum Beispiel, dass man in der Ferne die Gegner so ein bisschen zu auffällig ruckeln sieht. Aber sonst ist das Spiel einfach nur Unterhaltungsgranate von vorne bis hinten und hat komischerweise eine niedrigere Wertung als das hier. Aber genau dazu kommen wir nämlich jetzt mal. Und ich meine nicht Pokémon Legenden Arceus im Speziellen. Das habe ich übrigens nicht selbst gekauft. Das habe ich von Tim, also Gute-Laune-Typ, geliehen bekommen. Vielen Dank dafür nochmal und das werden wir demnächst im Stream spielen. Aber genau um so eine Beispiele geht es mir. Und ich weiß, das ist jetzt die Pokémon Company und ich weiß, die dürfen so ziemlich ihr eigenes Ding machen. Aber trotzdem kann man das so ein bisschen auf Nintendo transferieren. Sagen wir es einfach mal so. Und ich muss eins loswerden. Wie Nintendo momentan mit den Urvätern seiner Käufer umgeht, ist doch ein bisschen traurig. Wir haben erst vor kurzem darüber berichtet, dass Nintendo ja den Super Mario 64 Guide, den ja original japanischen, der übrigens richtig schick aufgewertet ist, mit allem drum und dran, aus einer Zeit, wo man Videospiele noch mit Liebe gemacht hat, jetzt wieder weggestrikt hat. Also das heißt, man hat mal wieder eine Unterlassungsklage geschickt und hat gesagt, ey, nimm das mal runter, das soll niemand anderes sehen oder so. Aber auf der anderen Seite hat man halt auch nicht vor, das Ganze nochmal neu rauszubringen. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, der mich nervt. Denn es gibt jetzt mal wieder neue Spiele für die Nintendo Switch Online Mitgliedschaft. Und das sind Earthworm Jim und ja, die anderen beiden, muss ich ehrlich gestehen, kenne ich nicht so wirklich. Aber das sind alles so Spiele, so kann man mal machen, muss man aber nicht. Und ganz wichtig ist halt bei den Spielen, die man da in diese Nintendo Switch Online Mitgliedschaft so reinstöpselt, dass man hier nicht sehr viel Geld bezahlen muss. Es geht ja einfach um Lizenzen, es geht um Wiederverwertung von Spielen und Microsoft hat ja zum Beispiel schon vor kurzem gesagt, wir stoppen die Abwärtskompatibilität hier an diesem Punkt. Denn wir haben das Maximum erreicht, was wir an Lizenzen und sowas alles reinstopfen können, beziehungsweise wieder rausholen können. Und das ist dann einfach ein wirtschaftlicher Aspekt. Aber genauso wie bei Microsoft verstehe ich es auch genauso wenig wie bei Nintendo, denn man will einfach seine alten Spiele nicht nochmal hervorheben. Und das ist sehr traurig. Gehen wir einfach mal davon aus, wir wollen jetzt gerne noch weitere Spiele auf der Konsole sehen. Ja, Nintendo sagt dazu, die Wii-Spiele, die DSi-Spiele, 3DS-Spiele oder Wii U-Spiele, die werden wir nicht nochmal veröffentlichen und das war das Thema. Und dann im selben Atemzug aber vorzugehen und zu sagen, wir striken jetzt alles weg, was an Copyright oder so weiter und so fort, auch wenn die Spiele schon 30 Jahre alt sind, da in der Internetplattform existiert, ist so ein bisschen, naja, ein zweischneidiges Schwert, wenn man es mal milder ausdrücken will. Und das stört mich mega. Ja, natürlich ist es Nintendos gutes Recht zu sagen, ey, das sind unsere Sachen und die könnt ihr hier nicht einfach ins Netz stellen. Auf der anderen Seite ist aber die Videospiel-Konservierung wichtig, denn damit sind Videospiele groß geworden und ich bin der Meinung, die einfach sterben und verschwinden zu lassen, ist wirklich tragisch. Und dagegen dann gerichtlich vorzugehen und im selben Atemzug aber die Sachen nicht selbst neu zu veröffentlichen, ist auch irgendwie blöd. Und da sind so viele Sachen bei Nintendo gerade, egal ob es Soundtracks sind, die auf YouTube veröffentlicht werden. Ja, sperrt die meinetwegen. Es ist euer Material, aber dann bringt sie doch bitte für mich oder für andere nochmal neu raus. Also zum Beispiel eine Riesenbibliothek, so wie es Square Enix jetzt gemacht hat, die auf YouTube mit YouTube Music nochmal eine Riesenbibliothek an Soundtracks rausgebracht haben. Macht Nintendo nicht. Alte Spiele kommen, wenn überhaupt noch sporadisch. Unter dem letzten Video, wo ich darüber gemeckert habe, haben viele gesagt, ey, es ist doch Earthbound und Mother gekommen und so. Also, ja, mag sein, aber das sind zwei Spiele von wie vielen Tausenden, die dann irgendwie da vielleicht nochmal veröffentlicht werden könnten. Meines Erachtens nach brauchen wir echt eine Regelung, die sagt, hey, die Spiele, die sind jetzt 30 Jahre alt, also ähnlich wie bei Oldtimern bei den Autos. Und dass man sagt, hey, die sollten zur freien Verfügung stehen. Das ist ein künstlerisches Werk und ab 30 Jahren spätestens sollte man sagen, hey, stell die doch kostenlos zur Verfügung und egal, wer die reinstellt, macht das doch einfach. Und nein, man muss halt die verschiedensten Tricks bedienen, wie zum Beispiel Mario 64 und Zelda Ocarina of Time mit dem PC-Port. Warum die noch nicht komplett aus dem Netz verschwunden sind, hat einen ganz einfachen Grund. Und Nintendo sagt zwar, hey, ihr benutzt zwar unsere 26 Jahre alten Grafiken, aber wenn es vor Gericht geht und sich ein Richter den Quellcode anguckt, sagt er, schwieriges Thema, Nintendo. Denn die Spiele sind reingeniert, das heißt, sie wurden mit aktuellem Quellcode, der nichts mit dem alten Quellcode zu tun hat, nochmal neu aufgelegt. Und damit wird es extrem schwer, das vor Gericht durchzubekommen. Und ich finde es einfach extrem schade. Fanprojekte werden gesperrt. Es werden teilweise jetzt schon, soweit ich das zumindest gehört habe, diese Kaizo-Hacks gesperrt, einfach weil da Grafiken und Mechaniken von Nintendo drin sind. Da sage ich so, ja, ich verstehe euch. Ich würde auch nicht wollen, dass mein Kunstprojekt in irgendeiner Weise durchs Netz geschleudert wird und damit kostenlos wird. Aber nach so langer Zeit, und selbst Mario 64 ist jetzt schon 26 Jahre alt, nach so langer Zeit und nachdem man nichts mehr mit den Spielen machen will, warum? Ich verstehe es einfach nicht. Das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, hm, kann man machen, verstehe ich auf der rechtlichen Seite, aber gegen die Community zu arbeiten, ist ein schwieriges Thema, meines Erachtens nach. Und wird es auch noch schwieriger machen. Ich meine, es ist nicht immer gut, mit der Community zu arbeiten, denn dann hätten wir ganz, ganz lange Stillstand. Aber es ist auch nicht gut, alles in irgendeiner Weise zu verweigern, wo die Community sagt, hey, wäre doch mal schön. Zum Beispiel Ordnerfunktion der Nintendo Switch. Fünf Jahre hat es gebraucht, bis die Dinger auf die Switch gekommen sind und dann noch nicht mal in der Form, wie sich jeder das wünschen würde. Einfach im Homescreen. Nein, man muss in ein extra Menü gehen. Ist nur ein Klick mehr. Ja, verstehe ich. Aber warum lässt es Nintendo nicht einfach zu den Homescreens zu individualisieren? Denn Individualisierung haben wir auch durch Microtransactions in Games gelernt, wie leider auf Fortnite. Das bringt es einfach und das macht das Ganze noch mal attraktiver. Aber Nintendo ist da so restriktiv und versucht das nicht in irgendeiner Weise hervorzuheben, auszuschlachten. Ist vielleicht ein bisschen zu negativ. Aber ich bin, nee, ich bin einfach nur auch momentan enttäuscht. Ich gönne Nintendo den Erfolg mit der Nintendo Switch. Ich gönne Nintendo, dass sie sich wieder aufrappeln konnten. Und ja. Aber irgendwie ist es schade, wie man gegen alte Spieleperlen vorgeht. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung dazu. Aber ich bleibe auf jeden Fall dabei. Wenn die Dinger schon nicht zur Verfügung stehen, dann sollte man sie doch wenigstens in irgendeiner Weise verwenden können. Die Spiele sind alt und ja, Lizenzen und so weiter und so fort ist ein schwieriges Thema. Aber ich sag mal, ab einem bestimmten Alter sollte man dann doch mal ein Auge zudrücken. Das geht übrigens nicht nur an Nintendo, sondern natürlich auch an andere Spielehersteller, wo Microsoft, wie gesagt, dann gesagt hat, Abwärtskompatibilität ist schwieriges Thema. Wegen den ganzen Lizenzen, dann sollten die Hersteller vielleicht auch mal sagen, naja gut, da können wir jetzt mal ein Auge zudrücken. Das ist jetzt nicht mehr so wild, wenn da ein Videospiel, was grafisch nicht gerade echt aussieht, jetzt denn doch nochmal da released wird. Na gut, das war es dann allerdings auch schon mit dieser Meinung. Ich rede mich immer so in Rage, tut mir leid, aber das ist manchmal, dann wird es ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, ihr habt meinen Punkt verstanden. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zum nächsten Mal und ciao.